Ahoa ihr Noobs, heute wollen die Boys den Beta-Drachen auf Island erlegen. Ob ihnen das gelingt, wir werden sehen. Na dann, komm ich zu dir. Dann geht's los. Ja. So, ja im Teal, ja im Teal, ja im Teal. Okay, ich hab's. Ja im Teal. In das Isle of Waters. Zack, 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 zack. So, Drache auf Beta. Bist du soweit? Ja. Soll ich starten? Ne, aber so tun. Generiere Beta Portal Drache. Aktivieren. Diesmal behalte ich meinen Juti im Blick. Theoretisch müssen ja alle in die richtige Richtung gucken. Theoretisch. Ja ne, guck mal in die falsche Richtung. Gucken alle gleichmäßig in die falsche Richtung. Aber hier ist ne Wand, die können wir ja nicht überholen. Alter, können die mal wieder alle. Na komm, ihr schafft's. Ignoriert mich nicht. Jetzt geh da hin, ne scheiß Drecks. Ja, ja. Das ist gut. Oder so. Ach, das wär irgendwie der scheiß Timur oder was? Ich muss ausfassen. Ja, ne? Guck mal runter Drache, trau dich. Und bis hin. Und da geht er schwer. Nicht in die Lava. Nicht, dass sie da durchschehen kriegen. Nicht in die Lava. Böse. Attacke. Ja. 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 Der Drache ist so scheiße. Ja. Ich trau mich jetzt bloß nicht abzusteigen und den voll zu pumpen hier. Nö, nö, nö. Lass mal lieber. Wir haben genug Zeit. Ich bin gerade vor ihm. Das gefällt mir irgendwie nicht. Das ist schon half live. Ja, ja. Oh, ho, ho, ho. Oh, ho. Die nächsten drei. Vier nochmal. Neun Stückchen sturm. Alter Scheiße. Ja, neun Scheiße Feuer. So, wer war der Glückliche aus dem Settel anfangen? Ne, Leiche mal. Die ist echt im Weg, ey. Oh, alter, die Leiche ist ja echt übel. Ich bin jetzt bei den Beuteln. Ich den Trafen reingucken. Okay, ich kann nicht alle gleich looten. Okay, ich habe sieben Sette gelootet. Mehr ging in der Zeit nicht. Das Türchen macht. Ich bin nicht reingekommen. Hoffentlich war die Trophäe nicht einer in einem toten Rex. Ne, habe sie. Okay. Und 110 Element. Aber diesmal nur wirklich ein bisschen verlustiert, ne? Ja, also der Alpha 3 wird schon schwer verfallen. Den werden wir nicht mit dieser Taktik hin kriegen. Ja, Taktik. Augen zu und durch. Ne, ich denke, wir werden uns noch was anderes als die Rexe mitnehmen müssen. Ja, ja. Den machen wir heute nicht, den Alpha 3. So, ich packe schon mal den ganzen Schosch in das Ding. Du hast hoffentlich die Haut. Also ich habe zu ihm, dass sie mal zugehauen. Aber die Haut habe ich. Ja, das habe ich jetzt nicht gemacht. Ich habe jetzt erstmal die Heilschweine. Okay, also den Alpha 3. Da werde ich wohl mal noch ein Video mir angucken. Welche Taktik da die beste ist. So, 110 Element. Die Sättel. Wo soll ich mir die Sättel hinweisen? An der rechten Tresor oben ist ein Ordner Sättel. Da sind noch andere Rex-Sättel drin. Ach da. Ja, okay, dann. Ah ja, guck. Fuck, ich stehe da mit rein. Also wir hätten noch mal genug Sättel gehabt jetzt, aber... Naja, die sind ja trotzdem teuer. Ja, richtig. Hm. Was haben wir da jetzt eigentlich gelernt? Haben wir da was gelernt? Ob die Boys für den Alpha Drachen wohl eine bessere Strategie finden? Das ist eine andere Geschichte. Macht's gut!